Willkommen zurück zur Folge 2 von City Transport Simulator Tram. Heute müsste, glaube ich, der Release davon sein, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Am 20. wird das Ganze released. Wir gucken uns das Ganze vorab an in einer Early Access Version, die auch noch die ein oder anderen Bugs enthält. Und ich zeige euch ein bisschen mal, was wir hier so machen können. Das Ganze für den PC erstmal zu einem späteren Zeitpunkt dann auch auf der Konsole. Oder wir haben in der gestrigen Folge eine neue Linie gemacht und zwar die Linie 4. Also sie heißt Linie 4, eigentlich ist es die dritte Linie im Netz. Das ist hier diese lila Linie. Und die fahren wir jetzt heute auch und zwar mit unserer Tram. Wir können leider immer noch keine andere Tram auswählen. Wir haben immer noch die Ulf A1. Fahren heute mal in der Tramau-Lackierung. Fahren auf der Linie 4. Starten wir mal im Blumenmarkt heute. Fahren Richtung Hauptbahnhof. Wir fahren um 17 Uhr, 17.18 Uhr. Vorbereitungszeit 2 Minuten. Ich denke, das ist in Ordnung. Und starten. Da bin ich mal gespannt. Ich konnte jetzt auch bisher nicht eure Kommentare zur gestrigen Folge lesen, weil ich jetzt diese zweite Folge direkt hier am Stück mit aufgenommen habe. Ich bin aber natürlich sehr gespannt, was euer erster Eindruck von dem Spiel ist. Und ob das was für euch ist, ob ihr da irgendwie Lust drauf habt, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal hier weiter und gucken mal, dass wir hier vorankommen mit unserem Straßenbahnbetrieb. Und fahren jetzt auf unserer neu erstellten Linie 4. Es ist später Nachmittag. Wir sind hier am Blumenmarkt und geben erstmal die Türen frei. Dann Fahrgastraumbeleuchtung machen wir an. Ja, Führerraumbeleuchtung brauchen wir nicht. Ansonsten der Rest ist, glaube ich, soweit in Ordnung. Vorwärtsfahrt ist ausgewählt. Zentralschlüssel. Das konnten wir jetzt alles hier nicht einstellen. Also das kann man theoretisch einstellen, brauchen wir jetzt aber nicht, weil das, wie gesagt, weil wir schon aufgerüstet hier stehen. Was ja auch durchaus realistisch ist, dass den Straßenbahn bereits aufgerüstet hier irgendwo steht. Auch das Ibis ist automatisch. Ja. Gucken wir uns das mal von außen an. Das ist die Tramau-Lackierung in grün. Schön sieht das hier aus, der Blumenmarkt. So, dann können wir auch gleich losfahren. Und auf geht's. Andere Richtung. Haltestelle Lilienstraße. Ich muss mir mal die Tasten merken. In dem Moment, das war richtig. Was war das? G und F. Noch ein bisschen hakelig. Oh, Höchstgeschwindigkeit überschritten. Ups. Müssen wir natürlich auch auf den Verkehr aufpassen. Ja, Mensch. Hier fahren sie doch. Mann. Ei, 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 ei. So. 30 darf hier gefahren werden. Äh, sind wir falsch gefahren? Kann das sein, dass wir irgendwie falsch unterwegs sind? Ach, ja, 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 der Herr-Transporter. Ja, fahren sie doch, Mann. Gibt es denn... Ich muss mal ganz kurz in die Steuerung. Ähm, wo denn hier das Horn ist. Ähm, hart umschalten. Kamera, Türfreigabe, Fahrzeugmenü, Notbremse, Richtungsschalter. Glocke. Da ist die Glocke. Okay. Jawoll. Ist das die Lilienstraße? Ja. Und hier sehen wir auch übrigens, und das finde ich ganz cool, dieses Feature, dass die dann hier auch tatsächlich, ähm, die jeweiligen, ähm, Linien, die wir hier machen, auch mit der Farbe und alles, das wird einem da angezeigt. So, Ampeles Rot. Aber wir sehen da links in diesem Strecken hat, da ist ja dieses Symbol, das so aussieht, als müsste man dort rechts abbiegen. Daran sieht man, glaube ich, dass, ja, dass wir an der jeweiligen Kreuzung dann nach rechts müssen. Ja, los. Ja, Mensch. Ja, das sind jetzt mal langsam was. Wir haben Verspätung. Können wir beim Fahrdienstleiter anfragen, damit er uns die Ampel auf grün stellt. Ist die Ampel kaputt? Nee. Dann müssen wir wohl warten. Ja, endlich. Haltestelle Wasserturm. So, wir müssen jetzt hier nach rechts abbiegen. Also müssen wir natürlich gucken, dass unsere Straßenbahnhaltestelle, dass wir natürlich nur dann abbiegen, wenn wir, ja, jetzt wenn das Ganze auch auf rechts auf Fahrt eingestellt ist. Moment, was heißt hier Ampel ignoriert? Das ist eine Lüge. Huch. Wie, ich, ich bin doch nicht mit ihm zusammengestoßen. Also bitte. Da, so, das, das akzeptiere ich nicht. Ich bin nicht vorbei an ihm, äh, dran gestoßen. Ich finde aber den, den Himmel und die Nacht, äh, diese abendliche Stimmung finde ich sehr schön. Muss ich sagen, gefällt mir sehr. So, wieder auf den Faden. Haltestelle Ringbibliothek. Und dann sind wir an der Ringbibliothek. Wann kriege ich denn mal so einen perfekten Halt, frage ich mich. Achso, äh, Türfraigabe. Ja, Türen sind zu. Haltestelle verfehlt. Wie bitte? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Das Spiel lügt mich einfach an. Haltestelle verfehlt. Ja, Mensch. Ich werde hier richtig zu einem gestressten Straßenbahnfahrer, merkt ihr das? Das sind aber komische Autosounds. Wie soll ich denn fahren, bitte? Ich soll fahren, aber die Autos, die kommt da noch alle. Oh, Moment. Habe ich das jetzt gemacht? So. Oh, jetzt habe ich aus, was ich die Ampel nicht mitgenommen. Aber ihr habt es auch noch gesehen. Von links und rechts sind die Autos gekommen. Aber gut, okay, ähm, das war auch angekündigt, dass der KI-Verkehr, dass die Autos halt noch nicht, sagen wir mal, alles perfekt machen, so wie sie es machen sollten. Bürgerbüro. Ob da auch Bürgerinnen erlaubt sind? So, jetzt aber. Auf geht's. Haltestelle am Schlosspark. Oh, das ist aber schön, das Schloss. So, hier muss man links abbiegen. Ja, also das hätte man einfach weglassen können, ne? Ganz ehrlich. So, äh, die Ampel ist doch noch falsch. Wir sind doch auf dem rechten Gleis und wollen links abbiegen. Das heißt also, hier würden wir doch nach rechts abbiegen. Oder? Ich mach das jetzt einfach mal und guck, was passiert. Hm. Also, dann hab ich entweder das Signalsystem falsch verstanden oder es war einfach falsch programmiert. Haltestelle Johann-Friedrich-Gasse. Schön hier. Oh, wir sind so schnell. Ja, ja, höchstgeschwindigkeit überschritten. Pizzeria Italia. Ein sehr... ...kreativer Name. Wof. ...kreativer. ...kreativer. also das mit dem blick kann kriege ich nicht ganz hin rechts ist das aber auch dumm dass rechts g ist und links ist f das ist ja smart eigentlich ja das ist gar nicht dumm dass da war ich nur gerade dumm so haltestelle goethe straße jetzt kann ich sie aber nicht wieder ausmachen den blinker wieso geht das denn nicht fg weiß ich nicht ist ein bisschen hakelig ach so aber wir dürfen fahren auch wenn wir in die falsche richtung blinken ich kriegte nicht mehr aus gut dann fahren wir jetzt ab jetzt nur noch mit blinker links ich glaube diese dieser gelbe strich ist glaube ich die perfekte position ich würde gerne diesen blinker aus bekommen jetzt habe ich den in die falsche richtung haltestelle verfehlt wie bitte das halte ich für ein scherz haltestelle hauptbahnhof übergang zur linie eine fahrt ende bitte aussteigen zur linie eine ich glaube sie meinte linie 1 so und einmal zum hauptbahnhof da sind wieder die versunkenen sims so dann sind wir hier angekommen und fahren dann auch wieder zurück also es ist jetzt auch ein bisschen dunkler geworden weil wir haben im grunde genommen einen kleinen zeitsprung von 15 minuten gemacht machen jetzt auch das führerraum licht an haltestelle goethe straße auch mal direkt an der nacht fahrt dann können wir auch mal sehen wie die stadt hierbei nacht beleuchtet das und das ist schön, das gewählten wir auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde aber... Ja, ich glaube, ich lasse das Licht aus. Das ist angenehmer, ne? Huch, das Auto ist einfach verschwunden. Also wann ich einen perfekten Halt bekomme, weiß ich jetzt auch nicht, ne? So, und wir dürfen fahren. Haltestelle Johann Friedrichgasse. Jawohl, die Johann Friedrichgasse. So, wir dürfen fahren. Oh, durften wir das? Doch, ja. So, 20. Hallo. Dann dürfen wir wieder 30 fahren und dann kommt gleich die Haltestelle. Johann Friedrichgasse. Wir können auch natürlich übrigens aufstehen, ne? Haltestelle am Schlosspark. Dann sind wir gleich schon wieder an dem schönen Schloss auf der linken Seite. Oh, 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 ah. Okay, ja. Das war mein Fehler. Ja. Und wir halten an. Und wir müssen hier rechts abbiegen. So. Türfreigabe rausnehmen. Ich glaube die Ampel... Ja doch, das passt ja. Ja gut, das ist halt nichts rechts. Das ist geradeaus. Wie Ampel ignoriert. Zu früh abgefahren? Ich fasse es nicht. So, wenigstens habe ich diese Ampel mal erkannt. Da kommen aber noch Autos. Wie kann das sein? Also, dann darf ich doch nicht grün bekommen, wenn hier noch Autos fahren. Lassen Sie mich durch. Bitte. Ich kann hier nicht fahren. So, nach dem Transporter. Ah, da kommt noch mehr. Bitte lassen Sie mich einfach durch. Wie lange haben die denn bitte grün? DHL-Lizenz. Das haben die auch am Start. Ach, endlich. Ja, klar. Jetzt einfach auf der Kreuzung stehen. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Ich fahre jetzt. Ich fasse es nicht. Und jetzt einfach Augenzug durch. Ach, Glück gehabt. So. Ringbibliothek. So, wir dürfen fahren. Auch wenn wieder von links Autos kommen. Haltestelle Wasserturm. Das war gefährlich. Aber es hat funktioniert. Tja. Huch. Sorry. Fahren die Autos allen Ernstes? Auf der... Ja, gut. Ja, Ampel beachtet. Jawoll, so geht das. Haltestelle Lilienstraße. Hey, Level 7. So. 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 Und dann sind wir an der Lilienstraße, fast wieder pünktlich. Auf geht's mit 30, die wir gleich fahren dürfen. Haltestelle am Blumenmarkt. Fahrtende. Bitte aussteigen. Genau, steigen Sie hier bitte aus. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. So, wir müssen jetzt hier links und können, glaube ich, links, auch wenn die Ampel eigentlich, glaube ich, rechts für uns angezeigt hat. Plamotter. Ich kriege da eigentlich keine Belohnung dafür, dass ich blinke. Ich finde, das ist eine Belohnung wert. Ja gut, dafür kann ich den Blinker wieder nicht ausstellen. So. Ich türen auf. Und dann haben wir das. Na, schlecht getimt, weil dahinter schon die nächste Straßenbahn ist. Gut, wie auch immer, wir gehen mal zurück ins Hauptmenü. Und sehen, wir haben, ja, sind 30 Minuten gefahren, 11 Haltestellen, 3 Ampeln ignoriert. Und perfekte Stops. Oh, immerhin einen perfekten Stop. Wahnsinn. Und können mal kurz in die Verwaltung reingehen und schauen. Wir haben ein paar neue E-Mails. Einmal von Laura Spohr. Fantastische Arbeit. Blablabla. Junior Route Designer wurde ich jetzt. Zack, zack, zack. Fährst du die Straßenbahn und werf voll Erfahrungen zu sammeln. Ja, so. Okay, Alex Lutz. Ich freue mich riesig für dich. Dein Fleiß zahlt sich aus. Und es ist toll zu sehen, wie du bei TSP-Bahn aufsteigst. Aber wo gute Nachrichten sieht es so aus, als wären die Leute ein Traum auf einer Straßenbahn begeistert. Je mehr Leute einsteigen, desto mehr Ressourcen stehen uns für den Ausbau des Straßenbahnnetzes zur Verfügung. Hervorragend. Und Nico sagt, als Chief Engineer bei TSP-Bahn wollte ich dich daran erinnern, wie wichtig es ist, die Straßenbahn richtig zu fahren und die Regeln zu befolgen. Dabei geht es nicht nur um Sicherheit unserer Fahrgäste, sondern auch darum, mehr Erfahrung und Ressourcen zu sammeln. Benutzerhandbuch, bla, bla, bla. Okay. Ja, dann sehen wir hier tatsächlich. Ah, hier können wir das Fahrgastaufkommen sehen. Interessant, wo es besonders viel gibt. Also im Hauptbahnhof, Puls Center, hier so, da so, dort so. Interesting. Ja. Was ist jetzt mit der Linie 4? Achso, die können wir jetzt natürlich hier ausbauen an dieser Stelle. Das wollen wir jetzt nicht. Und dann wollte ich nur so ein paar Statistiken sehen. Ne, Statistik zur Linie 4. Ja, gut, sehen wir hier. Ja, relativ unzufrieden die Leute. Warum eigentlich? Netzabdeckung. Boah, geht so. Also alles auf jeden Fall verbesserungswürdig. Halte Stellen 8, Fahrzeuge 3 von 3, Intervall 15 Minuten. Äh, ich glaube, wir müssen einfach die Kapazität erhöhen. Was haben wir? Wir haben 185. Davon könnten theoretisch noch eine weitere Straßenbahn kaufen. Könnten wir vielleicht machen für die anderen Linien. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.